Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir uns ganz kurz angucken, was eigentlich If-Abfragen sind. If-Abfragen sind so ziemlich das erste, was man so lernt, wenn man Programmieren anfängt, was Kontrollfluss angeht. Kontrollfluss bedeutet, ihr könnt kontrollieren, ob eine Anweisung ausgeführt wird oder nicht. Das heißt, ihr könnt hier zum Beispiel sagen, Wenn irgendeine Bedingung wahr ist, dann möchte ich, dass Code ausgeführt wird und ansonsten möchte ich das nicht. Das heißt, ihr braucht erst mal dieses Schlüsselwort If und ich mache das hier jetzt mal ein bisschen mehr Platz hier rein. Ihr könnt hier sagen, ich möchte, dass etwas stimmt oder dass es nicht stimmt. Zum Beispiel, ich möchte haben, dass 42 größer ist als 5, was ja offensichtlich der Fall ist, oder nicht? Und dann möchte ich nur einen gewissen Teil vom Code ausführen. Ansonsten möchte ich, dass das hier eben nicht ausgeführt wird. Das heißt, wenn 42, für den Fall, dass 42 irgendwann mal kleiner als 5 sein sollte, möchte ich, dass dieser Code hier nicht ausgeführt wird. Okay, das wird noch Sinn ergeben. Aktuell ist es relativ unsinnig. Ich könnte einfach auch diese If-Abfrage hier weglassen, aber ihr werdet gleich sehen, wo das hinkommt. So, 42 ist offensichtlich größer als 5. Okay, so und jetzt habt ihr die Möglichkeit zu sagen, okay, dieser Code wird ausgeführt oder er wird eben nicht ausgeführt. Und ihr könnt sogar noch danach sagen, hey, ich möchte, dass jetzt für den anderen Fall andere Code ausgeführt wird. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, ein Else anzugeben. Und Else sagt mir so viel wie, falls diese Bedingung hier oben nicht wahr ist, dann für diesen ganzen Code hier aus. So, wir machen das jetzt mal so. Und dann rückt man normalerweise den ganzen Code ein. Das könnt ihr machen, indem ihr alles markiert und dann einfach Tabulator drückt. So, und was jetzt passiert, ist Folgendes. Dieser Code hier oben wird ausgeführt, falls 42 größer ist als 5. Und ansonsten wird dieser Code hier unten ausgeführt, den wir in den letzten paar Videos geschrieben haben. Das muss euch nicht wirklich interessieren, was das ist. Das habe ich da nur, damit ihr quasi noch mal nachgucken könnt für die anderen Videos. So, jetzt mal ganz kurz an euer Gehirn appelliert. Kleine Mini-Übungen. Was wird wohl ausgegeben werden? So, Pause. Naja, das hier offensichtlich. Denn der Rest, das wird ja nur ausgeführt. Also alles andere, also dieses Printline Hello World, dieser Charakter hier, diese Printline hier. All das wird ja nur ausgeführt, wenn diese Bedingung hier nicht wahr ist. Sprich, wenn 42 nicht größer als 5 ist, aber das ist offensichtlich gegeben. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Play drücke, dann wird hier nur ausgegeben, 42 ist offensichtlich größer als 5. Weil ja nur dieser Bereich hier überhaupt ausgeführt wird. Dieser Else Block hier, der sagt sofort, nö, ich bin nicht gefragt, das hier wurde schon ausgeführt. Das heißt, der wird einfach komplett übersprungen. Warum würde man jetzt sowas wollen? Nun, kleine Übungen an euch tatsächlich wieder mal. Ich versuche ein bisschen mehr Übungen einzubauen, wie ihr merkt. Und zwar, schreibt euch mal ein Programm, das ein Maximum ausrechnet. Das heißt, ihr habt zwei Werte. Welche zwei Werte das sind? Keine Ahnung, das kann sich ja ändern. Zum Beispiel A gleich 10 und B gleich 1337. Und ihr wollt jetzt, ja, ich sollte vielleicht alles schreiben, wenn ich schon das Ganze als Code verwenden möchte. Und ihr wollt jetzt rausfinden, welcher von diesen beiden Werten größer ist. Und natürlich kann jeder normale Mensch sehen, dass das hier instantan größer ist. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass das immer so ist. Also zum Beispiel könnte in B auch einfach der Wert 1 drinstehen. Das heißt, wir wissen nicht, was in A oder B drinsteht, weil wir es zum Beispiel von irgendeiner anderen Stelle her bekommen im Programm. Zum Beispiel hat es der Benutzer eingegeben oder sowas. Das kommt alles noch, keine Sorge. Okay, und wie machen wir das jetzt? Nun, ich lasse euch mal kurz drüber nachdenken und die Lösung aufschreiben. Und wir gucken uns das gleich gemeinsam an. Bis gleich. Okay, also die Lösung ist eigentlich gar nicht so komplex. Wir können hier einfach mal sagen, wir wollen logischerweise eine Variable, das Maximum, finden. Und wir wissen aber nicht, welchen Wert dieses Maximum denn eigentlich hat. Und wir sollten mal ganz kurz hier noch hinschreiben, dass das auch wirklich ordentlich alles so stimmt. Also B ist ein Integer. A ist auch ein Integer. Und Max ist natürlich dann auch ein Integer. So. Und wir wissen allerdings nicht, wie genau das eigentlich jetzt vonstatten geht. Das heißt, wir wissen nicht, welches der größte Wert ist. Das wollen wir rausfinden. Was wir also machen ist, wir weisen diesem Max gar keinen Wert zu. Das heißt, es hat überhaupt keinen Wert am Anfang. Und jetzt gehen wir her und sagen, okay, wir brauchen eine If-Abfrage. Ob jetzt A größer ist als B oder ob das andersrum der Fall ist. Das heißt, wir haben hier If A größer B. Also für den Fall, dass A größer ist als B. Naja, was wollen wir denn dann machen? Dann ist ja offensichtlich A unser Maximum. Das heißt, Max ist gleich A. Okay. Und ansonsten, falls A nicht größer ist als B. Naja, was ist denn dann wohl das Maximum? Dann wird wohl B das Maximum sein. Das heißt, Max ist gleich B. Was passiert denn im Fall, dass A gleich B ist? Also wirklich exakt gleich groß. Nun, relativ simpel. Dann wird einfach hier das Maximum auf B gesetzt. Denn das hier wird nur ausgeführt, wenn wirklich A echt größer ist als B. Also nicht gleich groß, sondern wenn A wirklich größer ist. Und naja, B ist gleich A. Das heißt, das Maximum wird auf B gesetzt. Aber B ist gleich A. Also wird das Maximum auch auf A gesetzt. Also ist das Maximum einfach die beiden Werte. Das heißt, es funktioniert auch trotzdem. So, und jetzt können wir hier zum Beispiel einfach das Maximum ausgeben. Das tun wir ja immer ausführen. Ähm, und sagen hier dann einfach Printline Max. Ja, und jetzt können wir das laufen lassen. Und wir haben eine kleine Funktion, die uns das Maximum berechnet. Egal, welche Werte wir hier eingeben. Oder welche Werte da schon vorher vielleicht drinstehen. Also super cool. Ähm, und eine angenehme kleine Übung, denke ich. Alles klar, das ist eigentlich auch schon relativ simpel. Natürlich kann man hier mehr machen, als nur größer als Vergleiche. Ich kann natürlich hier auch sagen, ein kleiner als. Das kann ich hier jederzeit machen. Ähm, aber ja, man kann hier durchaus noch mehr machen. Und das sind dann sogar spezielle Typen. Und die möchte ich mit euch im nächsten Video behandeln. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao.